Liebe Luiz, ich darf mich zunächst einmal bedanken und zwar im Namen der ganzen deutschen Delegation. Wir sind tief beeindruckt von der großen Gastfreundschaft, die wir hier bei Ihnen genießen dürfen. Wir danken nicht nur für Gespräche, die wir im Verlauf des gestrigen Nachmittags haben konnten, sondern auch für einen wundervollen Abend, den wir gestern wirklich genossen haben. Die Gespräche haben es gezeigt, aber auch der Abend selbst, dass obwohl unsere beiden Länder einige tausend Kilometer voneinander entfernt liegen. Es gibt doch eine große Nähe zwischen uns beiden Ländern. Uns verbindet die Überzeugung von der Notwendigkeit und Durchsetzung gemeinsamer Werte. Und ich habe gestern Abend gesagt, vielleicht auch ähnliche Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass man nach schwierigen Zeiten versuchen muss, ein Land wieder zusammenzubringen, innerstaatliche Versöhnung zu betreiben und für diesen Prozess die notwendige Geduld und Beharrlichkeit braucht. Wir haben solche Erfahrungen in Deutschland gemacht und ich weiß, dass deshalb ein solcher Prozess in Ruanda auch 20 Jahre nach 1994 nicht abgeschlossen sein kann. Viele der Wunden aus der Vergangenheit werden sich in den Generationen fortpflanzen und Politik darf halt die Aufgabe nicht vergessen, an der Versöhnung zu arbeiten. Uns verbinden gemeinsame Werte, gemeinsame Erfahrungen. Aber ehrlich gesagt, als ich gestern mit dem Flugzeug hier reinkam, habe ich gedacht, mit dem Blick auf die Landschaft, sogar die Landschaft ist ein bisschen ähnlich, wenn ich an die Vulkanberge denke, über die wir hier geflogen sind. Es erinnert ein bisschen an eine Region, die ich aus Deutschland kenne, die Eifel etwa. Dennoch zu den politischen Gesprächen, die wir miteinander geführt haben, sehr ausführlich, sehr ernsthaft und natürlich nicht nur bilateral, sondern über die Gesamtregion. Da gibt es Belastungen aus der Vergangenheit, aus dem Genozid von 1994, natürlich mit Blick auf den westlichen Nachbarn und Gruppierungen, die dort im Osten des Landes noch unterwegs sind und Erwartungen, was ihre Bekämpfung angeht. Es gibt aber auch mit Blick auf die Gesamtregion der großen Seen sehr beachtenswerte Bemühungen, eine regionale Zusammenarbeit zu organisieren, die vielleicht langsam, aber doch stetig vorankommt. Bei den Besuchen, die ich zuletzt in Tansania oder in Angola gemacht habe, so höre ich auch hier, dass bei den Staaten rund um die großen Seen doch große Hoffnung besteht, dass man durch diese neue Form der Zusammenarbeit auch ein Friedensincentive setzt und versucht durch diese Zusammenarbeit konflikthafte Entwicklungen zu vermeiden. Ebenso Ihr Blick zur anderen Seite. Wir haben ebenfalls gestern darüber gesprochen, dass Ruanda eines der Länder ist, das sich ganz stark in der East African Community organisiert und sich dort auch engagiert. Wir sehen das mit großer Freude und wollen mit unseren Möglichkeiten diesen Prozess der regionalen Kooperation auch tatsächlich stärken. Wir haben gute Beziehungen zur East African Community und unterstützen auch ein wenig mit unseren Möglichkeiten den Aufbau gemeinsamer Institutionen. Bilateral hat gerade eben das Gespräch, aus dem wir jetzt kommen, gezeigt, dass viel möglich ist zwischen unseren beiden Staaten. Allein die sehr, sehr große Business Delegation, die wir mitgebracht haben, spricht dafür, dass international aufgefallen ist, dass Ihr Land gerade wirtschaftlich große Fortschritte gemacht hat. Wenn ich an den Doing Business Report der Weltbank denke, da gehört Ihr Land Ruanda zu den Top Performern und das sind nicht nur in Afrika, sondern weltweit. Und das wird nicht nur ausgedrückt in Indexzahlen etwa über die Wachstumsraten und die Inflation, sondern darin geht ein, auch die Verlässlichkeit der Administration, das Engagement der Ehrgeiz, Innovationen hier im eigenen Lande zu fördern. Und ich denke, das sind Bedingungen, für die sich deutsche Unternehmen und sie haben es eben gesehen und erlebt, ganz sichtbar interessieren. Und da kommen die Dinge auch wieder zusammen. Sie haben einen, denke ich, sehr rationalen Blick auf die Situation, wissen, was sie in ihrem eigenen Land tun können und tun das Erforderliche, wissen aber auch, dass Marktgröße ein Punkt ist, auf den investierende Unternehmen auch achten. Und deshalb, die Vergrößerung des Marktes gehört ebenfalls zu den Bedingungen, an denen hier in Ruanda gearbeitet wird. Die Wirtschaftskooperation in der ostafrikanischen Gemeinschaft ist eben das Mittel dazu, um den relativ kleinen ruandischen Markt größer zu machen, sich hier aber als Investment Hub zu etablieren. Ich freue mich darüber und auch das hat der gestrige Abend gezeigt, dass Business etwas ist, was sicherlich auf großes Interesse hier im Lande stößt, ebenso wie deutsche Investments. Aber genauso habe ich gestern Abend gesehen, dass unsere kulturellen Beziehungen viel, viel Potenzial haben. Ich bin dankbar, dass Sie gestern eine ganze Reihe von Kulturvertretern, Theaterleute, Regisseure, Musiker mitgebracht haben, Museumsdirektoren mitgebracht haben in die Veranstaltung, sodass ich gesehen habe, dass schon gestern Abend viele neue Kontakte geknüpft worden sind und heute, während wir hier in der Pressekonferenz sitzen, bereits gemeinsame Gespräche zum Kulturaustausch unserer beiden Länder begonnen haben. Also, wenn ich einen Strich drunter ziehe und versuche, ein Ergebnis zu ziehen, dann sage ich jetzt schon, das war ein sehr erfolgreicher Besuch. Ich bin dankbar für die vielen Begegnungsmöglichkeiten und ich schaue schon nach vorne und hoffe Sie bald in Berlin zu einem bilateralen Gespräch begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. 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 , Herr Minister. Wir werden eine Zeit haben und wir müssen wahrscheinlich mit den Besitzendenjournalisten beginnen. Vielen Dank. Soll die militärische Zusammenarbeit oder militärische Hilfe ausgebaut werden und an Sie, Herr Steinmeier, die Frage, wie könnte denn diese Rolle aussehen? Thank you. I would say, both, I would say the presence of Germany in the politics of Africa is not a bad thing. Also, I mentioned that whenever we deal with issues of security on the continent, which is a major issue on this continent, which is the preoccupation at least at 70% of the United Nations Security Council, it's about Africa. And so, while Germany is not on the UN Security Council, Germany can play an important role, at least not yet, on the UN Security Council. So, before anybody gets involved, either in military support or other, I think it's important to be part of the political dialogue, which is taking place around the continent, when it comes to our own region of the Great Lakes, for example, or East Africa. We only see three countries from Europe, that is the United Kingdom, France, and Belgium, and that's it. So, it's almost not natural that Germany would be absent in terms of being visible, having its views expressed. Military engagement is a decision, is a sovereign decision, but there are many ways to support, for example, peace. We are Rwanda, a major peacekeeper country, number one perhaps in this region, but number five worldwide as a peacekeeper. We've had very good discussions with the Ambassador of Germany here throughout the last two years about our peacekeepers in the Central African Republic. We've discussed, for example, some of the equipments that are needed for peacekeepers, that's also an important contribution. Hospitals, for example, for the Central African Republic, exchange of intelligence is important. So, the specific involvement in terms of military is not necessarily going to be there, but support of all other kinds is also needed. So, I think once we get Germany at the table, being part of the discussion, being part of the European voice in matters of security, the rest is up to the country, to Germany, to decide how far they want to get involved. Ja, vielen Dank. Was die an mich gerichtete Frage angeht, will ich zunächst mal vorausschicken, liebe Louise. Deine Mahnung aus unserem ersten Gespräch haben wir ja durchaus berücksichtigt und mehr Präsenz gezeigt als in den vergangenen Jahren. Und wenn ich bedenke, dass ich selbst trotz Nahost, trotz Mittelostkrise, trotz Syrien und Irak und Ukraine jetzt in diesem ersten Jahr allein zu vier Besuchen in Afrika unterwegs war und ich habe die Maghreb-Region nicht mitgezählt. Allein vier Besuche im ersten Jahr, das deutet ja schon auf gewisse Veränderungen in der deutschen Außenpolitik hin. Das ist eine Veränderung, die ich auch in meiner Antrittsrede jetzt in der zweiten Periode deutlich gemacht habe, in dem ich gesagt habe, wir müssen uns Afrika neu stellen. In der deutschen Perzeption, in der breiten Öffentlichkeit ist Afrika immer noch zu sehr identifiziert mit dem Kontinent der Krisen und Konflikte. Krisen und Konflikte gibt es nach wie vor, das ist keine Frage. Aber es stimmt eben nicht mehr für ganz Afrika, sondern es gibt Anker der Stabilität, denen wir uns auch mit besonderem Interesse zuwenden. Und das ist einer der vielen Gründe, weshalb wir heute hier in Ruanda sind. Zweitens die Frage von Herrn Sator, was kann Deutschland eigentlich tun in einer solchen Situation? Dann muss man sich zunächst mal fragen, warum hat Deutschland eigentlich ein Interesse an einer solchen Kooperation mit Ruanda? Warum hat Deutschland ein Interesse jenseits des Ökonomischen? Und dieses Interesse jenseits des Ökonomischen, finde ich, wird ganz deutlich. Ruanda hat gerade seine Periode als Mitglied des Sicherheitsrates in den Vereinten Nationen hinter sich. Wir bereiten uns auf eine nächste Periode im Sicherheitsrat vor und werben gerade weltweit auch in Zustimmung, dass wir in dieser Konkurrenz bestehen. Das zeigt zugleich, dass Ruanda und Deutschland zwei Staaten sind, die auf ein einigermaßen verlässliches Ordnungssystem in der Welt Wert legen. Das muss man heute sagen, weil nicht mehr alle daran interessiert sind und erst recht nicht dafür arbeiten. Wir begegnen uns in all den Konflikten, die ich am Anfang genannt habe, immer wieder im Institutionssystem der Vereinten Nationen. Und schon das ist Grund genug, auch außerhalb unserer Mitgliedschaften im Sicherheitsrat dort eine enge Abstimmung zu suchen und sozusagen unsere jeweils eigene Stimme noch kräftiger zu machen, als sie in den Vereinten Nationen ohnehin ist. Aber es sind nicht nur die Vereinten Nationen, sondern es ist auch afrikanische Selbstorganisationen, die wir gerne unterstützen, zum Beispiel die Afrikanische Union, von der wir ja sehen, dass sie in den letzten Jahren, mein erster Besuch in der zweiten Amtszeit galt der Afrikanischen Union in Alisarweber, von der wir ja in den letzten Jahren gesehen hat, dass sie erstaunlich große Fortschritte gemacht hat. Und vielleicht übersehen wir in Europa manchmal, was die afrikanischen Staaten zum Beispiel zur Sicherung von Stabilität und Frieden auf dem afrikanischen Kontinent selbst tun und selbst leisten. Zehntausende von Soldaten sind in Peacekeeping-Operationen in unterschiedlichen afrikanischen Konflikten unterwegs. Aber auch darauf darf man die Afrikanische Union nicht reduzieren, sondern gerade auch bei wirtschaftlicher Kooperation ist dort inzwischen immense Kompetenz angewachsen, von der wir uns beim letzten Mal überzeugen konnten. Wir selbst unterstützen gerade finanziell die Errichtung eines Zentrums für Peacekeeping-Operations in Alisarweber und wir tun es in der gleichen Weise mit der ostafrikanischen Community. Ich habe vorhin in meinen Eingangsbemerkungen gesagt, wir haben ein Interesse daran, dass diese Kooperation hier zustande kommt und deshalb unterstützen, begleiten wir politisch, unterstützen aber auch finanziell den Aufbau des Institutionensystems dieser ostafrikanischen Community. Wir beteiligen uns in Afrika an Training-Centers, die Voraussetzungen dafür sind, dass Menschen aus afrikanischen Staaten überhaupt in der Lage sind, in Peacekeeping-Operationen hineinzugehen. Und wir beteiligen uns auch, sofern das gewünscht wird, an der Diplomatenausbildung. Und insofern, es gibt reichhaltige Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten. Und ich sage nochmal, das ist eine Form der Zusammenarbeit, ganz jenseits von ökonomischen Interessen, sondern eine Zusammenarbeit, an der wir auch von unserer Seite ein Interesse haben, um die Orte der Stabilität in einer krisenbefangenen Welt möglichst auszuweiten. Ich habe eine Frage zu dem Foreign Minister, Rwanda. Let me be simplistic about that, und sagen, dass wir, dass ein United Nations Menschen nicht in einem Land ist, das Leben werden. Aber es ist die Presente. Es gibt die Justification. Aber alle Mission müssen ein, ein Beginn und ein Ende. Aber das zu sagen, die sind, in dieser Region sehr present from the early 90s. It is, I think Monusco has been in the DRC for 15 years about that. So we want to see results. We want to see visible results. If it's for stabilization, we want to see stability. So I would say that as far as Rwanda is concerned, the one important security aspect of the presence of Monusco in our neighborhood is ending the threat of the genocidal militia, FDLR. It's still there. It's been there for 20 years. So, you know, without getting into the mechanics of how a UN mission should function, I think clearly, as far as Rwanda is concerned, we have yet to see the results. Thank you. My name is I work for Rwanda Broadcasting Agency. My question goes to Prime Minister Frank, Dr. Steinemeyer. Prime Minister, you say it in your speech that Rwanda and Germany share similarities when it comes to tragic history. And one of the drivers that drove one into that tragic history is the FDLR, which has been there in the jambles of the DRC for the past almost 20 years. With the German contributing over 100 million new scholars into Monusco, and with your influence in the global arena or platform, for example, do you really believe that the money that will be contributing there is really doing what it should be doing? Given that we are seeing, still seeing FDLR, given the recent political game for this matter, if I may say, are you really believing that what Monusco are supposed to do is really doing the same? Thank you so much. Dr. Steinemeyer, the question I could answer and say, of course, because of the money is a danger, which is a danger, which is from criminal or even terrorist groups of groups, not to be able to do. But we have to see, that it would have no way of Monusco in the past no way of such groups would have been immerhin im Falle von M23 war das erfolgreich und selbstverständlich jenseits einer Ermächtigung in den Vereinten Nationen, jenseits der finanziellen Unterstützung, die von Monusco ja nun reichhaltig geleistet wird, mehr als 4 Milliarden Euro, jenseits dieser finanziellen Unterstützung gebraucht es den politischen Willen. eine solche Gruppierung tatsächlich zu bekämpfen. Wir haben uns gestern darüber unterhalten. Mein Eindruck ist, nach den Gesprächen, die wir gestern mit der Monusco hatten, an der Spitze der Monusco, besteht ein solcher Wille. Ob der durchkreuzt wird, beeinträchtigt wird, ob politische Spiele im Hintergrund gespielt werden, das ist aus der Ferne nur sehr schwer zu dechiffrieren. Aber ich würde unterstellen, dass viele ihren Einfluss mit unterschiedlichen Zielsetzungen gelten machen. Vielen Dank. Germany was among the countries that cut aid to Rwanda over the instability of Eastern DRC. And subsequently, we saw there was a lot of international support over the eradication of F23. Why haven't we seen that with FDR? And given that you see Rwanda as an act of stability, if this group is a key threat to Rwanda, why haven't we seen the same enthusiasm? And to our minister, Luis, FDR may not be a military threat to Rwanda, but it is a strategic threat in the sense that as long as it remains there, anybody interested in the instability of Rwanda could take advantage of it. So I'm asking, what makes for Rwanda? Because as we continue to see, the political games are not about to end, perhaps because of the conflict of interest in that region. Thank you. I think I have just noticed in my remarks, that I see the danger of the situation un改善ed. And of course, if there were these dangers not to be, then it would not be a foundation for an international service of the United Nations and if there were these dangers not to be, then it would not be a threat of Monusco. It remains there, and in this way I come back to that just said, my impression is that there is a desire to fight the FDLA to fight against the FDLA. First, I'm happy to see so much interest in the FDLR. I've been dealing with this for a few years, so sometimes you feel like you need to give it a break. But let me say this. First of all, you have it right. The FDLR is not a military threat. To Rwanda, it's an ideological threat to Rwanda. It spreads ethnic poison in the DRC and in the region. And therefore, it needs to be eliminated. And that has been agreed. There have been resolution after resolution from the United Nations, from the African Union, from the Conference of the Great Lakes, from SADC. So we all understand that it needs to be removed as a threat. Now, we should not be naive to think that the FDLR is just an issue having to do with the DRC alone or with the UN mission across the border. There are players elsewhere in the world, including in Europe, who have been linked to the politics of this region from the early 60s. And those forces have been pulling strings from near and far. That's the funny politics we were talking about. So we're not naive to think that, you know, with military action alone, this would happen. But the military action is very important as a disincentive for the FDLR to keep moving around the bushes of DRC across our border. So there are players from New York to different capitals in Europe and to DRC. So I think one of the reasons we see all these political games and excuse after excuse not to go after the FDLR is interests, negative interests of other countries beyond the region as well. So, yeah, the political will is not just needed from Kinshasa. That's a fact. But we as Rwanda, we can only do what is in our power, which is militarily, to prepare to fend off anybody, at least within our borders. We know that that's something we have to do to protect our people, hoping that eventually those who have made pledges and promises will honor their pledges and remove this group once and for all. We've been waiting for 20 years. But we're anxious to get to a serious economic cooperation. We are anxious to repatriate Congolese refugees that have fled the FDLR, that have been living in this country. Close to 70,000 of them are in this country. They need to go back home. So we want to move to serious business. But again, some of the countries with the power to stop the threat of the FDLR have not shown a lot of goodwill. Achim, unser N24, Herr Minister, am Ende noch eine Frage zur Ukraine-Krise. Die USA haben Russland verschärfte Sanktionen angeboten, in dem Fall, dass Russland nicht ausreichend an dem Minsker Abkommen mitwirkt. Halt sie diese Schrift für verfrüht oder ist das okay für Sie? Ich habe das in den Agenturen gesehen. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt diese Äußerung gemacht worden ist. Ich kann nur sagen, nach den letzten Gesprächen, die ich mit dem amerikanischen Außenminister geführt habe, und die waren zahlreich in den letzten Wochen, haben wir die Unterstützung für den Weg, den wir gegangen sind. In den USA wird richtig bewertet, dass das keine einfachen Verhandlungen waren, um zu dem jetzigen Zustand zu kommen. Wir umgekehrt sagen, wir sind weit davon entfernt, den verhandelten Waffenstillstand schon stabil gemacht zu haben. Und deshalb, in dieser fragilen Situation müssen wir uns schlicht weiter bemühen. Und das tun wir mit allen Kräften. Ich habe Ihnen, glaube ich, gestern kurz mitgeteilt, dass wir auch hier am Rande während des Afrika-Besuches im telefonischen Kontakt mit dem französischen, dem russischen und dem ukrainischen Außenminister standen. Wir werden uns am Dienstagmittag in Paris sehen, um dann die nächsten Umsetzungsschritte hoffentlich miteinander zu vereinbaren. Ich glaube, dass dieser Weg der richtige ist, und ich hoffe vor allen Dingen, dass wir auf diesem Weg vorangehen. Herr Minister, Sie können Sie eine letzte Frage nehmen. Danke. Vielen Dank. Mein Name ist Ejern Akwirukka. I write for the New Times. My question is to the Honorable Foreign Affairs Minister of Germany. When you go back and share dinner with your countrymen and women, what would you say, if they asked that they need to invest here, what would you tell them are the opportunities that are here to invest in? Thank you. Ich glaube, es geht nicht nur darum, über Investment Environment zu reden, sondern wir müssen im Blick auf Afrika und insbesondere diese Region und das Land Rwanda verändern. In Deutschland, ich glaube, zur ganzen Wahrheit gehört, dass die Deutschen über das Land bisher nicht genügend wissen. Und wenn sie über Rwanda etwas wissen und darüber reden, dann denken sie an den Völkermord von 1994. Das ist nicht die ganze Geschichte Rwandas und es ist insbesondere nicht die heutige Realität. Wir haben vorhin gesagt, dass die Wunden dieses Völkermords noch lange brauchen werden, um wirklich zu verheilen. Es braucht dazu Geduld und begleitende Politik. Aber heute würde ich sagen, ist dieses Land in der Tat ein Anker der Stabilität in einer Region, die von vielen Konflikten befangen ist. Einen haben wir gerade mit Blick auf den Ostkongo auch hier in der Pressekonferenz behandelt. Und es ist unübersehbar, wenn Sie danach fragen, was erzählen wir den deutschen Geschäftsleuten, Es ist unübersehbar, dass wir hier eindrucksvolle Wachstumszahlen haben, begleitet durch niedrige Inflation. Wir haben einen großen Ehrgeiz zu investieren in Infrastruktur und in IT. Und wir sehen die klare Sicht in der Wirtschaftspolitik dieses Landes, dass man den Markt um den eigenen rwandischen Nachfragemarkt vergrößern muss und deshalb den Weg in Richtung einer ostafrikanischen Community zu gehen. Das sind Bedingungen, von denen ich sagen würde, das sind nicht nur interessante Informationen für Business People aus Deutschland, sondern das sind auch Anreize, die sicherlich in Deutschland angemessen gewürdigt werden. Vielen Dank, Herr Minister, vielen Dank, Herr Präsident, für die Ende der Pressekonferenz zu kommen. Vielen Dank für Ihre Zeit.